So Leute, herzlich willkommen zu Forza 5. Spielen wir mal wieder ein bisschen Forza 5. Ein paar Strecken, ein paar Autos. Und da ich die letzte Zeit viel Metal Gear, Battlefield, Titanfall gespielt habe, ist wieder mal Zeit, ein bisschen Rennen, Spiele zu spielen. Entschuldigung Leute. Aber irgendwie kratzt es im Hals heute. Signature Event. Okay, das ist jetzt kein richtiges. Ah doch. Ist doch. Signature Event ist. Okay, das ist die gleiche Autos. Okay, schauen wir mal. Yep. Pointshack Transom. Wir haben den GTO-Full. ARD Text im Auftrag des WDR Ich trage den nächsten Schlacht. Das ist schon langweilig. Ich hätte gerne, wenn ich mich. Das Spiel ist an sich komplett. Aber man hat sich doch mehrere auf. Ich will ehrlich sagen, die ganzen zusätzlichen DLCs, was kosten, die auch noch und so weiter. Das ist nämlich normal. Also, tut mir leid. Da hat sich der Spielherr schon einen Eindruck geschossen und egal wie auch vom Eidungsauftrag, die haben damit nichts mehr und so weiter. Es ist mir glatt, nicht größer. Viel. Weil ich habe auch gespielt, 70 Euro vollwertige Preisszahlen kosten. Da warte ich schon, dass die DLCs zumindest der größte Teil des ist. Aber hier ist sie genau alles zu. Die größte Zahl des Kosten ist richtig. Wenn ich mich nicht verzüßt, ist der Gliederbekommen. Einfach mal in den Kommandanten einschalten. Ich fahre sehr gerne Autoren spielen. Aber kannst du mich das sagen. Das ist auch zugleich eine der Gene. Eine der Gene, mit der ich am besten spielen kann. Das Rennfahrer. Das liegt mir doch ganz im Blut. Ja, jetzt mal machen. Da weiß ich wenigstens was. Im Gegensatz zu Fotospielen. Die überlebt. Ich glaube weit aus der Baffone. Spielt ihr noch ause? Oder wie es von euch ist schon? Na. Hier zählt mal was. Was ist das? Ich bin ja gerade dabei, um zu gucken, ob ich auch für die kristischen Fähigart haben kann, zu einem normalen Kreisabschluss. Ich bin ja gerade dabei, um zu gucken, ob ich auch für die kristischen Fähigart haben kann. Eventuell möchte ich einfach gegen die Xbox, die ich hab mit denen, die Spiele tauschen. Ob das Ernst Mann? Sobald's mir seine schicken, wenn sie kommt, nimmt sie da. Da kann ich ein paar Videos über Playstation 4 Spiele, genau. Welche Spielereise bei euch sind am meisten jetzt gerade? Ja, und ich seh natürlich auch. Ich kenn gerade Bordstocks. Was mich interessiert sehr, ist das Destiny. Als Rennspiel natürlich Project Cars. Ich weiß noch, ob das viele von euch kennen oder wenige kennen. Aber das wird das Rennspiel-Ultimative für die nächste Zeit, finde ich. Drive-Cups wird die auch nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass Project Cars ein besseres Rennspiel wird. Natürlich werden wir beide zocken. Let's Plays daraus machen Projekte. Ich bin mal gespannt, ob ihr die beiden Rennspiele in der meisten Zeit habt. Soll ja auch ein Rennspiel der Crew rauskommen. Ein anderes Rennspiel durch ganz Amerika durch. Ich habe eine Kniebeet und eine Modelkarte. Sieht lustig aus. Und was noch rauskommt, erscheint Forza Horizon 2. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Forza Horizon 1 nie gespielt gehabt. Weil zu der Zeit mein Xbox 360 Ring of Dead hatte, und ich bin auf Playstation 3 gewechselt. Aber ich habe ja Hoffnung, dass Forza Horizon doch noch was wird. Das war ja. So Leute, ich mache hier mal Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war ja auch. Das war ja auch. Das war ja auch. Das war ja auch. Weil je mehr ich das von euch sehe, dass euch das gefällt und ihr mich unterstützt, umso mehr und umso bessere Spiele und bessere Qualität werden auch folgen. Also, danke euch. Euch noch einen schönen Freitag. Schönes Wochenende. Und bis später nach. So was jetzt dafür gedacht. Vielen Dank.